Information zu ICE 106 nach Köln Hauptbahnhof über Frankfurt am Main, Flughafen Fernbahnhof. Am Fakt 15.35 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt B. Ihre nächsten Anschlüsse ICE nach Berlin Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 15.32 Uhr. Heute ca. 5 Minuten später von Gleis 2. Direkt gegenüber S1 nach Osterburgen über Heidelberg. Abfahrt 15.38 Uhr. Von Gleis 11 RE 70 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Mannheim-Waldhof. Abfahrt 15.39 Uhr. Von Gleis 7 A RE 1 nach Trier Hauptbahnhof über Neustadt-Weinstraße. Abfahrt 15.39 Uhr. Von Gleis 1 und RB 2 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Mannheim-Waldhof. Abfahrt 15.40 Uhr. Von Gleis 12. Gleis 2 Einfahrt ICE nach Berlin Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 15.32 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Hinweis, das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Rauchernbereichen gestattet. Ladies and Gentlemen, to improve cleanliness and out of consideration for non-smokers, smoking is permitted in the designated areas only. Thank you. Information zu EC 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrt 15.56 Uhr. Heute ca. 15 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung an einem anderen Zug. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepin nicht unbeaufsichtigt. Attention. Security advice. Do not leave your luggage unattended. Gleis 3 Einfahrt ICE nach Kiel Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. Abfahrt 16.05 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse EC 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrt 15.56 Uhr. Heute ca. 15 Minuten später von Gleis 5 IC 19.18 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.08 Uhr. Von Gleis 2 direkt gegenüber nach Mannheim-Waldhof. Abfahrt 16.10 Uhr. Abfahrt 16.10 Uhr. Von Gleis 8 B und RB 2 nach Biblis über Mannheim-Käfertal. Abfahrt 16.11 Uhr. Von Gleis 4 B und RB 2. Gleis 2 Einfahrt IC 19.18 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.08 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse EC 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof. Abfahrt 15.56 Uhr. Heute ca. 15 Minuten später von Gleis 5 S6 nach Mainz Hauptbahnhof über Ludwigshafen. Abfahrt 16.13 Uhr. Von Gleis 5 RB 67 nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof über Neuedingen-Friedrichsfeld. Abfahrt 16.17 Uhr. Von Gleis 7 B ICE 95.53 nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.19 Uhr. Von Gleis 9. Abfahrt 16.20 Uhr. Von Gleis 9. Gleis 2 Einfahrt S6 von Benzheim. Ankunft 16.14 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt ICE 95.53 nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.19 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 95.53 nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.19 Uhr. Von Gleis 3. Direkt gegenüber RE nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof. Über Weinheim. Abfahrt 16.20 Uhr. Von Gleis 9 S1 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof. Über Ludwigshafen. Abfahrt 16.24 Uhr. Von Gleis 1 S3 nach Karlsruhe Hauptbahnhof. über Heidelberg. Abfahrt 16.30 Uhr. Von Gleis 9. Und ICE nach Berlin Hauptbahnhof. Über Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.32 Uhr. Von Gleis 2. Information zu ICE nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt 16.36 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt C, D und E. Von Gleis 3. Einfahrt ICE nach Dortmund Hauptbahnhof. Über Frankfurt am Mainz Flughafen Fernbahnhof. Abfahrt 16.36 Uhr. Heute 1. Klasse in Abschnitt C, D und E. Heute mit Halt in Limburg, Süd und Montabauer. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse ICE nach Basel SBB über Karlsruhe. Abfahrt 16.36 Uhr. Von Gleis 4 S1 nach Osterburgen über Heidelberg. Abfahrt 16.38 Uhr. Von Gleis 10 RE 1 nach Trier Hauptbahnhof über Neustadt-Weinstraße. Abfahrt 16.39 Uhr. Von Gleis 1 RE 70 nach Frankfurt am Mainz Hauptbahnhof über Mannheim Waldhof. Abfahrt 16.39 Uhr. Von Gleis 7 A und EC 6 nach Hamburg-Altona über Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.39 Uhr. Von Gleis 2. Direkt gegenüber. Gleis 4 Einfahrt S6 von Mainz Hauptbahnhof. Weiter als S5 nach Bad Wagenau über Heidelberg. Abfahrt 16.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt E 10 114 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof. Abfahrt 16.48 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Gleis 4 Teacher Maest. Frau Gleis 4, kannst du die Gleis 3? Und wie ein Gleis 4? Gleis 4. Gleis 4,ứng 1 R? Und wie ein Gleis 5. Schämtheit. Gleis 4,ứng 1 R? Gleis 3, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.